Hallo ihr Lieben, heute eine kleine Info. Am Donnerstag ist unsere Kirche offen von 19 bis 20 Uhr, eine Stunde lang bis zu den Sommerferien auf jeden Fall, also immer Donnerstags von 19 bis 21 Uhr. Es gibt alle 10 bis 15 Minuten einen Impuls, man kann hören und beten, es gibt vielleicht Texte zum Mitdenken, man kann sitzen, man kann Kerzen anzünden, also eine ruhige Stimmung, aber vielleicht auch ganz intensiv, je nachdem wie ihr das nutzen möchtet. Ihr müsst ja auch nicht die ganze Zeit kommen, ihr könnt kommen und gehen, es gibt natürlich das Einbahnstraßensystem und bitte Mund-Nasen-Maske mitbringen. Ihr könnt vorne Kerzen anzünden im Altarraum. Also eine meditativ offene Kirche mit verschiedenen Impulsen und lasst euch überraschen, es sind morgen, am Donnerstag jetzt bin ich dran und es gibt etwas von Hüsch, etwas aus der Bibel und Musikeinspielungen, die vielleicht etwas ungewöhnlich sind. In diesem Sinne, herzlich willkommen Donnerstag 19 bis 20 Uhr, Klosterkirche Lüne, Corona-Bedingungen, ihr wisst Bescheid. Bis bald. Tschüss.